Sieht man das da mit? Kommt man damit. Nein, das zu Hause nochmal. Eigentlich weiß ich eigentlich gut. Sondern, dass so ein bisschen Produkte über eine ganze Kette von Zulieferern laufen. Dass ich als Redakteur einer Lokalzeitung ein Artikel über die Hügel, der vorher in einer Unterregeladenzeitung lief und der wiederum wurde abgefunden an Agenturen. Das ist der Geile. Handball? Handball? Tor! Untertitelung des ZDF, 2021